Die ABG präsentiert das Jahresprogramm 2019. In Kooperation mit der ADG bieten wir Qualifizierungsangebote für alle. Vom Auszubildenden bis zum Vorstand, inklusive einer neuen Führungskräftebroschüre. Das Thema Digitalisierung bildet dieses Jahr wieder einen Schwerpunkt. Das zeigt sich auch bei unseren Broschüren. Die Exemplare für Weiterbildung, Aufsichtsrat und Vorstand werden zum Zeitpunkt des Aufrufs tagesaktuell zusammengestellt. ABG Goes Digital – auch bei unseren Angeboten. Effizientes E-Learning mit Webinaren, Videos, webbasierten Trainings, digitalen Unterlagen und Apps. Entsprechend den Anforderungen von Kundenfokus Privatkunden haben wir die Serviceberatung neu ausgerichtet. Mitarbeiter können sich gezielt auf einzelne Vertriebswege qualifizieren und den Abschluss als zertifizierter VR-Omni-Kanal-Serviceberater erreichen. Im digitalen Fitnesscenter können sich die Mitarbeiter zum Thema Online- und Mobile Banking up-to-date halten. Weitere Beispiele für Neuerungen sind Der Entwicklungsweg zum zertifizierten Innovationsmanager sowie zum Electronic Banking-Berater und die Integration IDD-relevanter Themen in Berufsstart und GenO-PI. Die ADG setzt ebenfalls bei der Digitalisierung Akzente. Zum Beispiel mit dem Studiengang Digital Innovation and Business Transformation oder neuen Formaten wie der Innovation Kickbox oder dem ADG Innovation Day. Das komplette Angebot von ABG und ADG finden Sie online. Weitere Infos bekommen Sie beim jeweiligen Ansprechpartner. Bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Mit unserem Seminarticker, Newsletter und den Rundschreiben. Aktien Mit unserem Seminart ơi Weitere InfosÉs 一直 inkliches